Oh, Ayo! What the fuck? Wer hat denn hier gebaut? Hey, hey, hallio, Leute und willkommen zurück zu... New Life! Genau, wir sind hier heute zu dritt. Nur wir drei, ganz entspannt, ganz gechillt. Kein Hubi, der uns alles klaut und irgendwelche Menschen tötet. Und der Exo ist endlich mal wieder dabei. Ja, und der Exo hat richtig gutes Vorhaben, nämlich einen Time-Out zu haben. Ja, schon wieder. Ja, aber ich starte das sofort weiter, Leute. Also bei mir seht jetzt erstmal nur mein Gesicht groß. Wir werden gleich wieder reingehen, aber ich bin ja das erste Mal jetzt mit dir, Kalle, und mit dem Zander, ne? Naja, in der Start-Folge waren wir dabei, weil da war ja so viel los. Genau. Ich renne dem Exo jetzt schon seit Tagen hinterher, aber der hat so viel zu tun, weil er Besuch hat und so. Und jetzt haben wir natürlich die Zeit gefunden, dass er auch dabei sein kann. Ja, doch. Ja. Die Leute auf meinem Kanal wissen es, also ich habe Besuch und da habe ich gesagt, ich will jetzt nicht die ganze Zeit am PC sitzen und so was. Ist ja auch klar, ne? Ja. Doch. Okay, und was habt ihr heute vor in eurer Folge zu Maken? Ja, ich wollte eigentlich nochmal ein bisschen die Gegner gucken, wenn du Bock hast, kannst du mitkommen. Ja, ich wollte einfach mal in meinen Ofen erstmal gleich reinschauen, ob da überhaupt noch alles da ist von letztem Mal. So, ich bin jetzt auch wieder on the rain again. Und ich lock mich ein. Und ich lock mich ein. Und ich bin da. Ja, weil ich habe zwei Boote gemacht, ich wollte mal ein bisschen rumfahren und deswegen wollte ich mir wieder ein bisschen Bambus besorgen. Vielleicht hast du ja Bock auf Bambus? Also auf Bambus habe ich immer Bock, also doch. Also willst du mitkommen? Ja, auf jeden Fall. Wo bist du denn? Ich bin bei mir in der Hütte. Ich habe mir gerade einen Marmor gemacht, weil ich ganz kurz an meinen Tresor gehe. Schau dir das mal an, Leute. Schau dir das mal an. Also das stand letztes Mal noch nicht da, ne? Also es ändert sich hier immer wieder was, ey. Wow. Wow. Das war jetzt aber nicht so einen schönen Marmortresor. Marmor. Schau dir das mal an. Ja, der hat einfach einen Fernseher hier und da läuft He-Man. He-Man. Ich habe He-Man früher geliebt. Ich habe extra so, ich hatte hier He-Man, dann hatte ich Man at Arms, Battle Cat und wie hießen die alle? Vielleicht werden wir das Boot hin. Yeah. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen Holz in mir nehmen, weil wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Boote, weil durch die ganze Seerosenblätter werden die irgendwie schnell kaputt gehen. Deswegen ganz kurz nochmal ein bisschen. Vor allem, ich brauche Fichtenhäuser. Ich glaube, ich muss mal, ich habe noch eine Axt, ne? Ich habe auch eine Holzachse, aber die ist fast kaputt. Ich habe noch eine Eisenachse. Ich mache mal ein bisschen Fichtenholz, weil irgendein Vogel hat bei uns das Fichtenholz abgebaut. Das war aber bestimmt wieder der Hubi. Das war wahrscheinlich der auch, der mein Nvidia-Error mir gegeben hat. Leute, jetzt gibt es wieder große Ansicht von mir. Geil, ey. Das läuft heute richtig gut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Boah, was ist los bei dir? Ich weiß es nicht. Also ich nehme mir auch mit Fraps, so wie immer. Und Nvidia hat mir auch nicht gesagt, ich soll ein Update runterladen, sondern... Läuft. Ich würde sagen, läuft. Oder ich mache es einfach weiter mit OBS. Ich switche es jetzt einfach um. Also OBS, so mache ich es auch. Bei mir läuft es nur mit OBS. 10.000 Bitred reingeknallt, damit die Qualität auch super aussieht. Nicht zu abgeranzt. Und dann geht das. Aber das wird so eine richtig komische Aufnahme, Leute. Okay, Aufnahmestarten. Und 3, 2, 1. Hinter der Kulissen von Exo, alles mal gut zu sehen. Ehrlich, ey. Das ist... Ich will ja nicht sagen, dass ich verplant heute bin. Aber... Ich habe mich verplant. Ich will ja nicht sagen, dass ich verplant heute bin, aber ich bin verplant. Ich bin durchaus etwas verplant, ja. So, ich mache jetzt noch schnell die Boote und erstmal die Wand auch wieder heilen und dann die Boote und dann geht es ab. Ich habe Vogel sich auch da den Spaß erlaubt, das abzubauen. Ja, bestimmt warst du das und lachst jetzt so. Nein, 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 nein. Ich habe hier nur dieses Stinges. Nein. Wirklich nicht. Ich habe wirklich... Ey. Ich habe wirklich nur dieses Willowwood habe ich abgebaut. Siehst du ja an meinem Haus. Ey. Ich kann so nicht arbeiten. Aber ich muss doch sagen, auch mit OBS Broadcaster sagt mir das Ding gerade eine Nvidia-Era. Aber es ist echt heute produktiv. Es fuck... Also ich werde jetzt noch einmal versuchen. Ich weiß nicht, woran das... Ich glaube, du sitzt einfach in meinem PC drin, ja, Leute. Das ist, glaube ich, die komischste Aufnahme, die ich jemals hatte. Ich bin ein Witz, motherfucker. Okay, das macht mir jetzt gerade so ein bisschen... So dezent machen wir jetzt gerade alles. Mami. 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 Ja, unsere ganzen Overgattoffeln, alles ist weg. Das war aber schon alles wieder Hubi. What the shit, was ist da los? Das war alles Hubi. Ah, Leute. Ich kriege die Freude des Lebens. Ich glaube, du hast so viele Time-outs. Ich glaube, ich fahre alleine. Nein, ich bin gleich wieder da. Ja, genau. In der nächsten Minute... Bumm. Tschüss. Ich fahre nur ein paar Minuten. Dann bin ich wieder da. Dann fahre. Dann fahre halt. Ich werde dann halt ein bisschen Sand mehr suchen. Was ich ja in meiner letzten Folge so viel gemacht habe. Dann noch mal auf dich warten, das ist mir egal. Ja, und dann hab ich gleich wieder eine Nvidia-Aira. Ja, genau, wie ich gerade gesagt. Hä, was ist da los bei dir? Einiges Blechle, ey. Ich hab das nicht an Kalle. Also wenn jetzt noch mal ein Nvidia-Aira kommt, dann mach ich einfach als Gameplay irgendwas anderes hinten rein. Yay, guck mal, ich hab ein Boot auf dem Weg, ich fahre jetzt so lang. Nett, nett, lass grad fahren, Fahrrad, nett, nett. Cool. Guck mal, ich bin bei mir zu Hause, komm mal her. Hallo. Du fährst auf dem Stein. Ja, geil, oder? Ah, ja, semi-geil würde ich jetzt mal so sagen. Ey, ey. Was geht's gut? Ok, brem. Ich glaub, es klappt jetzt. Wollen wir mal los? Ich sag mal, du bist ja schon unterwegs, ne? Ja. Nein, ich will das nicht hier rein. Okay. Okay, alles klar. Warte, ich bin gleich am Meer. Moment. Eke, ich bin hinter dir. Ja, warte, das dauert ein bisschen. Nein, okay, komm her. Ui. Okay, dann komm. Ja. Ich droppe hinter mir ein paar Boote. Boote. Ich droppe hinter dir ein paar Boote. Ich wurde heute vor einer Wespe gestochen, Leute. Läufer dir. Ja, ich wurde schon wieder gestochen vor ein paar Wochen auch, ey. Okay. Hä? Wie ist das so? Okay. Ich dachte gerade, warum so langsamer? Wow, was ist das ein? Das Haus von Spencer. Wieso kann ich nicht so? Ich bin voll verplant mit Dingensbuddeln. Ach, buddeln. Oh, nein. Äh, bremsen. Ich wollte eigentlich eh mal dahinten lang. Man muss eigentlich eine andere Richtung, aber lass mal hier lang. Oh, nein, nein. Ja. Ich weiß gar nicht. Mann, ich bin zu doof, um Board zu fahren, ey. Mensch. Bitchcat. Gut, dann machen wir das halt so, Leute. Heute könnt ihr mal lernen, wie man... Wieso? Wieso kann ich nicht fahren, ey? Was? Wofür, komm, 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 komm. Warum fahre ich nicht mit WASD, ey? Maus. W ist nur um zum Gas geben. Ach, ich dachte jetzt gerade... Da fährt er Kalle. Da fährt er Exo. Du siehst uns? Nein. Ach, da. Oh, nein, ist er weg, hier, komm. Oh, da hat jemand gerade genießt. Ich hoffe, das hat man gehört. HALSLE! Ja, das hat sich fast genau so angehört. Warte, wir haben einfach in der Insel hier, oder schlafen wir nach hinten hin? Ja. No, Daniel, it's three days! Oh, man, holy moly. Alter, was für ein Kopf wir haben? Guck dich mal im F5 an und guck mal nach oben. Oh mein Gott, der Fu, guck dir das mal an! Ich seh's mal, guck mal nach ganz oben und dreh dich mal im F5, Alter, von vorne angucken. Ja, ich seh aus wie so'n Downy, ey. Entschuldigung. Ja, ach, 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 ach. Was ist hier? Wer hat denn hier gebaut? Das hat gar keiner gebaut. Das ist, äh, kannibalen, sind das. Kannibalen! Ich glaub, ich glaub, ich hab'n Plan, äh, der, der Kalle hat nen Plan. Ich glaub, er will mich halt einfach umbringen, irgendwie so, und das ist ja nicht mehr im Projekt bin. Tschüss Exo. Tschüss. Ja. Pass auf, es gibt auch Treibsand. Hier sind ja wirklich Kannibalen, Alter. Die essen mich doch, oder? Ja, dann töten die. Ja, dann töte ich die, ey. Ich wollte nur sagen, pass auch auf, es gibt auch der Sand, der gelber ist als der normale Sand. Das ist Treibsand. Ich gehe unter. Ich gehe unter. Ja, raus da, raus da, raus da. Oder und das Lava. Pass auf. Ah. Ach so, stirb nicht. Nein, ich werde nicht sterben. Hast du Essen, aber ich habe gar kein Essen, ne? Pass auf, das ist eine Schlange. Ja, ich habe letztens habe ich ein Krokodil getötet. Pass auf, das wieder Treibsand. Ah. Mann, das ist viel zu gefährlich hier. Wer kriegt jetzt? Hä? Mann, das ist ohne Scheiß. Oh fuck, oh fuck. Warte mal, aber ich will jetzt erstmal hier, da, das Bambus abbauen. Hier. Guck mal, da droppen schon wieder drei Hunde einfach. Hattest du mir jetzt Essen gegeben? Ne, ey. Ne, warte, komm her. Boah, ist das Bambus ab. Tötest du gerade? Hier auch was hier? Ja, ich töte die. Aua. Die sind ja, die sind ja fast nackig, ey. Ich wollte noch mal an dieser Stelle sagen, das fällt mir gerade, boah, 700 gefällt. Ah, noch einmal. Das fällt mir gerade ein. Äh, heute auf Twitter hat da jemand ein Bild gepostet, ne? Das fand ich voll nett, ey. Wenn ich dran denke, will ich das jetzt genau einblenden. Das ist auch gesehen, Kalle, ne? Ich muss kurz, ich muss kurz nebenbei noch auf, äh, auf, äh, Watt zu schreiben. Ja. Sehr geil. Nebenbei, wird's anhalten. Äh, Kalle, ich hätte gerne was zu essen, so. Ich kann nicht hier mal regenerieren und ich hab, äh, ein bisschen was verloren. Oh, ich hab ein Bunny. Ah, warte, hier. Ich hab dir was zu essen. Hälfte. Ich hab aber leider nur ne Äpfel da. Ja, Äpfel sind gut. So. Ja, das Bild, Alter, ich hab, ich hab heute von der Arbeit. Ich dachte, so, ja, gut, jetzt alles sind auf Gamescom, so, ne? Komm, jetzt wahrscheinlich nur Gamescom, Bilder auf Twitter. Und da wurde dann halt von New Life schon ein tolles Bildchen gedroppt. Ja, das von New Life, das war richtig cool. Ja, fand ich richtig toll. Ja, das hat die Personelstieck gemacht. Mach auf, von oben, komm, Zombie. Noch ein Zombie. Ja, ich mach hier das schon. Ich bin gut in PvP, hab ich gehört. So, ich mach jetzt hier noch den Bambus ab, bei dem brauch ich nämlich für mein Dings. Soll ich den suchen die Spawnern hier mal abbauen? Äh, ne, lass sie mal. Das ist auch ne gute Level Maschine so. Hm, 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 hm. Ampus. Was im anderen, was im anderen Turm schon drin? Nein, ey, guck mal, das ist so, mir hat einfach der Rüstung an, ey, ein OP-Zimmer. Ja, hier, 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 hier. Ich muss kurz auf WhatsApp schreiben, mein Kollege hat geschrieben, weil ich mich hab heute, heute bin ich mit englisch unterwegs mit nem Kollegen nachher. Ja. Weil ich wollte jetzt fragen, wie es aussieht. Schicht hat denn nach am Morgen Schichter brauchen Schichter was das war was die Städtischen Sons sicher brauchen wir geht mir die Schichter und ich begegne die Schichter ich hoffe ich habe es euch nicht zu verfolgen das ist ein Baum Riesenbaum kann ich auch in der Lande aber Katzen und an der Axt okay Nein, ich hab die voll gesehen. Ich hab kein Schwert mehr. Ich komm hier nicht. Hä? Ich komm nach oben. Ich hab kein Schwert mehr. Äh, ja, wir könnten den... Ich mach mir kurz Merkmal. Moment, ich mach kurz. Ja. Ich hab jetzt auch kein gutes Stuff, sodass ich dir was geben kann. Ich mach erstmal hier die. So, Stick. Die droppen mir zu viele. Was sind das für Dinger hier auf dem Boden, ey? Ich hab mir hier den Sand bisschen da vorne. Brauchst du noch Rüstung? Oh, komm, ich hab schon wieder hier. Ich glaub, ich hab ne Eisenrüstung, ne? Das ist ne Korallenrüstung. Willst du ne Korallenbrustpanzer? Ich glaub, die ist voll Korall, oder? Ist die gut? Korall. Korall. Auf jeden Fall ist die Korall, genau. Weißt du, den Baum kannst du töten, wenn du den mit der Axt haust. Nein, ich mach das nicht. Ist doch wohl lustig. Ah, ich mach mal. Ja, mach mal. Ja, komm, du. Ja, warte, ich mach. Hallo, hallo. Hä, wieso ist denn der sofort gesturmt? Ich dachte, das ist so ein OP-Monster, ey. Ja, aber die treten dich schön. Ja, die treten... Vielleicht machen wir weiter, denn es ist nichts passiert. Ach so. Du bist ein richtiger Fuchs, ne? Tja, Whisky, Whisky, du. Ich weiß noch nicht, du. Ich muss gerade husten, ey. Ich bin ein bisschen erkältet, Leute. Ich war ja am Wochenende, war ich ja auf einer Hochzeit und ich glaube, ich hab mich da so ein bisschen erkältet. Also ich kann die ganze Zeit draußen lassen. Ich würde sagen, wir lassen doch mal wieder zurückgehen, denn wir haben auch langsam die Aufnahmezeit erreicht, denke ich mal. Ja, wow, wir wollen doch Bambuschen, oder? Äh, 13 ungefähr. Ich hab doch Bambus. Wir haben doch hier Bambus. Ach so, okay, gut. Ja, dann hab ich ja ein bisschen was von der Welt hier gesehen. Wow. Das ist mein Boot, böses Vieh. Ey, warte mal, wir haben unter uns, glaube ich, ganz viele Viecher. Ja. Oder wofür sind die schwarzen Köpfe? Ähm, das sind Viecher, ja. Sind das Endermen? Hab ich gerade da vorne gesehen. Wo ist denn die Insel eigentlich? Nein. Warte mal, warte mal, ich bin nicht im Boot. Oh, ja. Ich muss dem Boot hinterher, aber das schwimmt, das schwimmt. Ist das ein Hai? Ah, das ist ein Hai! Hilfe, der greift mich doch ein bisschen an, oder? Nö, nicht unbedingt, aber jetzt. Oh, no, 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 no. Das ist der Psychopath, ey. Hilfe, Leute. Komm her, komm her, komm her. nein 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 mein Ding kann doch nichts Heinzein Hilfe folgt ihm nicht ja und in dem nicht haben sie damals mir auch immer gesagt ich habe gerade richtig angst ich habe mich schon aus dem Projekt fliegen sehen ja ich würde erstmal reporten was weiß ich keine ahnung zum speed bode war das stop 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 egal wir bleiben jetzt hier rauf da hier exo hier lang ja ich hab dich auf der minimap ich für mich und ich als jedes mal ich hab Angst wenn ich auf den server kommen und das war viel zu viele sachen passiert dann habe ich mich jetzt mal einfach in deinem Bett reingelegt hast du das geworfen dass ich da drin oh nein ich bin wegen irgendwas pflanzen das ist schon ein pferd kann man das eigentlich auch reiten muss weg hier war ich habe nur noch halb halb live Nice Half-Life 3 Half-Life 3 kommt fern Leute Leute bei Kalle seht ihr als erstes Half-Life 3 Half-Life 3 kommt fern Leute ich habe keine lust mehr Leute aber ich genau passen weißt du dir entweder dieser okay der exo ist jetzt gerade weg den lassen war vielleicht ist auch hier diese ganze sache hier am start für dich zu hart ja ja genau das ist ich verstehe ich glaube ich sollte mal nach warte mal wieviel in den tagen bin ich jetzt eigentlich schon online du solltest vielleicht mal auswandern tschüss die auswanderer goodbye deutschland ja Leute schaut bei den anderen vorbei und so ich werde mir jetzt erstmal meinen pc neu starten tschüss jawoll machs gut tschau 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 halt das ich du ich nah das 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 wie hier das 오늘 du scheiß ich graf das zwei verschiedenen bambus Leuten BANDU कIR Irgendwie, nein, das kriege ich nicht mehr zurück, glaube ich Nein, das kriege ich nicht mehr zurück Merke ich mir fürs nächste Mal, dass es ein anderer Bambus war Aber auf jeden Fall, Leute, das war's mit der Folge Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben Ich bin jetzt weg, ich wünsche euch was Auf Wiedergeschauen Tschüss Ciao, ciao